Wo ist sie nur? Happy Halloween, Brüderchen! Aha, perfekt. Nicht so perfekt wie mein Kostüm. Nimmst mir nicht übel, Nate, aber du siehst aus wie du. Nun, Dr. Frankenstein und ich sind beide Wissenschaftler. Und ich? Nichts ist gruseliger als Frankensteins Monster! Ah, ich bin's, die plundernde Ingrid Eisen-Axt ist. Ganz schön erschreckend, oder? Fell, Hannah, eine Axt. Der Fall ist gelöst. Sie sind eine Wikingerin. Aufgeklärt. Detektiv Sherlock Holmes? Na, wer denn wohl sonst, verehrte Zoe? Danke, dass du deine Kostümkiste mitgebracht hast. Du siehst toll aus. Danke und gern geschehen. Hey, wo ist Devin? Oh, er wird sich verspäten. Er ist kein großer Fan von Halloween. Ich denke, er hasst es, sich zu verkleiden. Egal. Wollen wir den Film sehen? Also, ich hab den Film bei einem sehr merkwürdigen Streaming-Dienst gefunden. Aber hey, er kostet nichts. Und die Kritiken sagen, dieser Schocker haut euch aus den Socken. Ha! Mich nicht. Ich hab noch nie im Leben Socken getragen. Okay, es geht los. Cooler Vorspann. Ich denke... Ranger, Ranger, kostümiert seid ihr heut. Als Monster, Wilde und andere Leute. Doch eines glaubt ihr, das ist wahr. So bleibt ihr nun für immer da. Das war's Grozzle. Was wollte er von uns? Leute? Oh nein. Ihr seid hypnotisiert. Ich bin ein... Ha! Ingeleht Eisenachs. Fangt sich was zu freißen. Auf Blunderung, ich gehe. Warte, Zoe. Lass mich in Frieden, du anscheuliche Kreator. Ha! Und was jetzt? Äh, Ravi, geh nicht weg. Mein Name ist Holmes. Sherlock Holmes. Und wer sind Sie, junger... Bursche? Ha! Dank Scrozzle denken Sie alle, dass Sie Ihre Halloween-Figuren sind. Äh, äh... Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Ich antworte ausschließlich Scotland Yard. Und Sie? Sehen nicht gerade aus wie ein Gesetzeshüter? Oh, was ist das? Ich muss wie ein Polizist aussehen. Das könnte funktionieren. Hä? Holmes. Ich habe Informationen für Sie. Kommen Sie nicht zu schüchtern. Ja, Officer. Wie kann ich helfen? Ich muss eine Meldung machen. Eine Vermisstenanzeige. Ja, ja, genau. Sein Name ist Ravi Shaw. Er wird vermisst? Erzählen Sie mir mehr über diesen... Ravi Shaw. Was genau wissen Sie von ihm? Oh, ich weiß sehr viel. Also zuerst, er hatte schon als kleines Kind Angst vorm Zahnarzt. Ich habe ein bisschen Zahnschmerzen. Hast du einen Zahnarzttermin? Ich gehe nicht zum Zahnarzt. Allein die Bohrgeräusche machen mich verrückt. Oh, nein! Wartet auf mich! Will, alles klar bei Ihnen? Ja, alles klar. Aber mein Team hat gerade verloren. Aber irgendwann wusste er, dass die Angst nur in seinem Kopf war. Damit konnte er sie überwinden. Ich bin bereit. Ich kriege das hin. Und es gibt noch etwas über diesen Ravi Shaw. Er war sehr nett und hat einen kleinen Jungen in Kampfkunst unterrichtet. Er sagte ihm, dass Karate ausschließlich zur Selbstverteidigung dient. Schön, dich zu sehen. Bereit fürs Training? Ja, ich war schon immer bereit. Wenn wir fertig sind, dann traut sich keiner mehr, mich zu ärgern. Hör zu, Joey. Das Erste, was du über Kampfkunst lernen solltest, ist, sie dient nur zur Verteidigung. Verstanden? Na klar, das verstehe ich. Okay, dann los. Als Joey dann einmal einem Schlägertypen gegenüber stand, hat er nicht gekämpft, sondern nur sich selbst verteidigt. Nur dank Ravi. Oh, das habt ihr absichtlich gemacht. Nein, haben wir nicht, ich schwör. Hätten wir aber sollen. Lass sie in Ruhe. Oder was, du Finzling? Komm, wir verschwinden. Danke. Du warst echt cool. Beim Zeus, ich weiß es. Ich bin Ravi Shaw. Ja, du bist wieder normal. Ich glaube, ich komme gut rüber als Polizist. Wo sind die anderen? Na ja, irgendwo hier in der Basis. Ich weiß, wie wir sie wieder hinkriegen. Wir müssen uns verkleiden, damit sie uns vertrauen. Für Zoe, da brauche ich einen, einen Wikinger. Alles klar, hat bei mir auch gewirkt. Ich suche nach Zoe und du nach Dr. Nate und Frankenstil. Verstanden. Viel Glück. Kommander, wir müssen das achte Untergeschoss räumen lassen. Wie bitte? Mom, ich habe keine Zeit, das zu erklären. Vertrau mir. Räumen Sie Untergeschoss 8. Untergeschoss 8 wird geräumt. Ja! Kommt raus, ihr lecker Snacks! Okay. Ich bin ein Wikinger. Ein Wikinger? In Ihren Eisenachs. So stehe ich hier. Devin, Sohn des Daniel. Ich komme in Frieden. Lüge! Du bist ein Halunke, der nur meine Snacks will. Ein Halunke? Oh nein! Ich übergebe meine Beute niemals ohne Kampf! Ja! Ja! Power Rangers! Go, go Power Rangers! Go! 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 It's morphin' time! For justice we fight, with peace more than life, together we rise! Das ist Gummi! Was für'n Glück! Diese Begegnung wirst du bereuen, ich bin die Mächtige Inglaterland! Ich denke gar nicht daran! Tut mir leid! Kabelschlag! Weißt du, ich bin gern Wikinger! Hast dich gut geschlagen, hast mich besiegt im Kampf! Ich Versagerin! So ein Unsinn! Du warst wild und mutig! Du erinnerst mich an die beste Kämpferin, die je an meiner Seite stand! Die mächtige Zoe Reeves! Zoe Reeves? Zoe Reeves ist eine furchtlose Kämpferin! Sie hat sich jeden Kampf gestellt! Und versucht jedes Problem zu lösen! Wie an dem Tag, an dem sie zum Ranger wurde! Ist das ne Übung? Nein! Das Loughing Labor wird angegriffen! Wir müssen raus! Nein! Ich fürchte mich nicht vor großen Problemen! Ich löse große Probleme! Das ist eine Furchtlose Kämpferin! Das ist eine Furchtlose Kämpferin! Das ist eine Furchtlose Kämpferin! Weiß einer von euch, wo mein Tablet ist? Jack sagt, er habe es hier aufgeladen, aber ich habe es gesucht und es stimmt nicht! Manchmal denke ich, ohne Beastbot wäre mein Leben leichter! Mhm! Was ist? Das habe ich gehört! Jacks, ich... Siehst du? Dein Tablet lädt noch! Es tut mir so leid wegen des Tablets! Einfach alles! Schätze, du bist zuverlässiger, als mir klar war! Ich habe dich für selbstverständlich gehalten! Soi, aber... das bin ich! Warte mal, was soll das hier? Und was machst du in einem Kostüm? Ich dachte, du findest verkleidend schrecklich! Ist eine lange Geschichte! Und lustiger, als ich gedacht hätte! Dr. Frankenstein! Bin ich wirklich so abscheulich, dass nicht mal sie mich anziehen können? Dich zu erschaffen für ein furchtbares Vergehen! Ich bin Dr. Ravi Shaw und ich befürchte, er braucht eine kleine Behandlung! Was? Was habt ihr mit uns vor? Dr. Frankenstein, bitte! Bleiben Sie ruhig! Wir wollen Ihnen nur helfen! Ich hab den Dreh raus! Ich bin Dr. Reeves! Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie und Ihre Kreatur sich nicht mehr verstehen! Mein Monster ist eine totale Fehlkonstruktion! Aber kein Grund, uns beide aneinander zu schnüren! Das musste sein! Sonst hört ihr nicht zu! Denn wir kennen einen Wissenschaftler, der ist gut befreundet mit seiner Kreatur! Genauer gesagt, Sie sind sich so nahe... Sie sind im Grunde genommen Brüder! Wirklich? Kennen wir die? Ihre Namen sind Nate und Steel! Sie sind der goldene und silberne Ranger! Sie kämpfen gemeinsam gegen das Böse! Wirklich? Ja! Alles begann damit, dass Nate gegen einen bösartigen Virus einen Roboter erfinden wollte! Und glücklicherweise hatte er einen Trumpf im Ärmel! Gut gemacht! Das ist mehr, als wir brauchen! Hey, du! Ist der Roboter fertig? Ja, ist er! Tronix! Bring den Roboter in Position! Vorsicht! Das ist empfindliche Technik! Schon länger hatte Nate vor, sich in einen Ranger zu morphen! Was soll das werden? Ha! Die DNA der Gottesanbeterin wird! Ich bin ein Ranger! Aber er hatte nie damit gerechnet, dass der Roboter auch ein Ranger werden würde! Unmöglich! Du, du hast dich gerade gemorpht! Oh, das ist also passiert! Super cool! Ich sehe super aus! Und es gab definitiv noch eine Überraschung! Erzähl du ihnen den guten Teil der Geschichte! Nun, also... Also die Sache ist so! Ich bin menschlich! Entschuldige? Er hat Recht! So in der Art! Es hat sich gezeigt, dass Morphex verbindet sein System mit der Skarabeus-DNA und mit meiner DNA! Stimmt! Das hat mich zu einem perfekten Ranger gemacht! Ihr Ranger wart für mich immer wie eine Familie! Aber jetzt habe ich endlich einen eigenen Bruder! Ja! Willkommen im Ranger-Team! Alle beide! Danke, Devin! Oh! Wow! Nun, wie ihr seht, sind sie richtige Brüder und wahre Freunde! Steel, es tut mir so leid! Du bist natürlich keine abscheuliche Kreatur! Weiß ich! Ich bin atemberaubend! Ich bin froh, dass ihr wieder bei uns seid! Alle beide! Devin, wie ist die Lage? Alle sind wieder okay, Commander! Gut gemacht! Aber ein Robotron wurde gesichtet, wie er in einen Morphex Tower einbrechen wollte! In Sektor Bravo 4-8! Das lassen wir nicht zu, Commander! Los geht's! Nein! Nicht Konderlaubs! Gute Arbeit, Spiketron! Jetzt haben wir einen großen Truck voll mit Morphex! Was den Zeitplan angeht, du hast den ganzen Morgen! Die Ranger spielen noch verkleiden und sind gut beschäftigt, dank meines Films! Da ehrst du dich! Unmöglich! Mit dieser Gabel mache ich Häppchen aus euch! Nur sind die für dich schwer verdaulich! Es ist Morphing-Time! Aktivier das Wiest-Power! Akt! Aktivier das Wiest-Power! In Hessen das Wiest! Tronix! Erledigt sie! Und Scrossel ist noch nicht fertig! Zeit für die Gigadrohne! Oh nein! Wir müssen etwas gegen die Gigadrohne unternehmen! Ihr beide geht, ich sortiere das Besteck! Okay! Commander! Entsenden Sie Racer und Chopper Sauce! Wir müssen ihn bremsen! Zoe? Ich bin dabei! Rabbit Blast! Wiest! Was? Oh nein! Was? Oh nein! Das ist ein Digital-Modell! Bereit, Zoe? Allzeit bereit! Die Gigadrone ist unglaublich stark! Gut, dann müssen wir alles geben! Auf geht's! Devin und Zoe haben Probleme. Wir müssen ihnen helfen. Hilf dir lieber selbst! Hier schon, Robby. Wir kümmern uns um den Besteckkasten. Okay. Smash, bring dir den Wheelersort. Ich bin schon auf den Weg, Robby. Bringen wir es zu Ende. Strikersäbel! Laden! Skarabeus! Gotteserweterin! Striker Beast Slash! Phänomenale Arbeit! Danke, Robby! Wisst ihr, woran ich denke? Megazord-Time! Beast-X Megazord-Erbinden! Beast-X Megazord-Entfesseln! Der Morphex-Level ist kritisch! Das Essen geht nicht durch! Das System ist zusammengebrochen! Gorilla-Modus! 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 Wir müssen den anderen helfen! Ich bin an deiner Seite, Bro! Transport! Ja, komm schon! Halte durch, Smash! Wir kommen bis jetzt spät zur Party! Siehe, gib mir Settung! Mein Moment, um zu glänzen! Rapid-Blast! Crank-Crash! Und jetzt seht ihr das an! Und aufwärts! Drehen wir noch eine Runde! Na, ist dir schon schwindelig? Lass ihn fliegen! Abflug bereits! Achtung! Raketensturm! Ja! Gut gemacht! Bringt es zu Ende! Battle Mode! Zerlegen wir das Data-Modell in Einzelteile! Hey, wie gefällt dir das? Elektro-Schack-Gefähne! Stil, es wird Zeit! Zerstörer-Startbahn ausgefahren! Jet-Zog-Beschleunigungs-Crash! Volltreffer! Virus eliminiert! Sie haben es geschafft! Das war knapp! Alles klar! Wer ist bereit für den Film-Marathon-Runde 2? Und du bist dir wirklich sicher? Wir waren die einzigen, die aufs Groszels-Website Zugriff hatten, bevor ich sie geschlossen habe. Okay. Hey, wo ist Steven? Vermutlich zieht er gerade sein verhasstes Kostüm aus. Ich hab noch mein Kindchen mit euch zu rupfen! Nur die Ruhe, Leute. Ich bin es. Steven, du verrücktes Huhn! Sensei Bones ist meine Lieblingsfigur im Backstreet-Brawler. Er zu sein ist einfach unglaublich. Hey, Sekunde. Auf einmal magst du Kostüme? Ja. Ich dachte, es sieht doof aus. Aber wenn man in die Rolle schlüpft, wird Halloween bestimmt lustig. Also, wer will gegen den Sensei antreten? Ja! Oke! Ich bin es. Ich bin es. traumboarding. Der letzte Malkampfせ. Ich bin es. Ich bin es. Teilzeitabend im Max-Berner-Geon. Untertitelung des ZDF, 2020